Die Firma ihres Vertrauens Können Sie mir helfen? Selbst mein Mann bekommt das nicht hin. Er kann einfach nicht nageln. Kein Problem. Unsere Nägel gehen fast wie von allein in die Wand. Mit unseren Produkten bekommen Sie alles genagelt. Die Firma ihres Vertrauens Ja, der Werbespot gefällt mir. Der hört viele Kunden ansprechen. Gute Arbeit. Das heißt, ich bekomme jetzt das größere Büro? Es tut mir wirklich leid, aber unsere finanziellen Mittel erlauben uns das leider zur Zeit nicht. Achsoch! Rewild Rev International, unterste Abteilung, Frau Brandt. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Susanne, wie kann das sein, dass der neueste Entwurf noch nicht auf meinem Schreibtisch liegt? Sie hat noch gesagt, dass die Frist erst nächsten Monat kommt. Ja, das galt gestern. Ich brauche den Entwurf aber heute, also beeilen Sie sich. Ich muss auch noch die Abrechnung für letzten Monat fern. Tja, ich würde sagen, Sie machen Überstunden. Tja, ich würde sagen, Sie machen über die Abrechnung für letzten Monat. Tja, ich würde sagen, Sieill suggested being a driver of the distance. Bert Mueller. Sie Egoist. patent. Tja, dass man jetzt – 廣 role of a head Sexist. Der Schatz ist trotzdem überstummt. Überfordert. Der neue Entwurf war wirklich schrecklich. Setzen Sie sich sofort noch mal dran. Ja, Herr Nüßler. Ich brauch den bis morgen. Frau Meier, Sie sind eine tolle Frau. Der Werbespot ist Ihnen wirklich gelungen. Ja, hallo, Nüßler hier. Ich habe den Entwurf höchstpersönlich fertiggestellt. Er ist ein wahres Meisterwerk. Sie können doch gar nichts, außer geil aussehen. Es klappt dos. Ich habe ihn, Sie sind Polizei. Wie ist das, Sie müssen die Entwurf lösen? für alle, was? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020